Ja gut, ist eigentlich schon realistisch. Okay, das war keine gute Idee. Probieren wir es nochmal. Wenn ich mich vielleicht an denen so ein bisschen im Dunkeln hier vorbeischleich. Vielleicht habe ich da eine bessere Chance. Nein! Verdammt. Oh, oh. Hey, Kumpel! Oh! Runter mit der Waffe! Ah! Scheiße! Ah! Gut. Okay. Hey, hey, hey! Hey, hey! Ah! Okay, ich habe es geschafft. Oh mein Gott! Penner! Mann, ist das knapp gewesen. Oh, mit so vielen kann ich es nicht immer aufnehmen. Wenigstens sind die Mädchen jetzt frei. Was habt ihr euch hier aufgemacht? Ein Bordell oder was? Alles in Ordnung. Wo ist das andere Mädchen? Da hinten? Okay. Puh, das war echt knapp. Was ist hier? Vielleicht finde ich noch irgendwelche Gegenstände. Schau an. Na komm, hoch! Auf geht's! Ja, ich hoffe nicht, dass ich hier nur Chips finde. Oder Bargeld. Das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Oh nein. Sag bloß, da kommen noch mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Mit noch mehr kann ich es nicht aufnehmen. Echt? Bin ja gerade, gerade eben erst so den Tod knapp entkommen. Und eine Wiederholung habe ich schon verbraucht. Da. Im Büro sitzt bestimmt einer. Wer ist da? Ah! Ah! Fuck! Mann! Erschreck mich doch nicht so, Mann! Alter, habe ich mich zu Tode erschrocken! Ja, verschluckst du mein Messer! Boah! Puh! Wo kam der her? Ich war so fixiert. Auf den Pistolenschuss. Oh Gott! Hallo? Oder warst du hier drin? Ich glaube nicht. Was ist das? Oh, ich muss das Schloss aufschießen. Ob sich das lohnt? Oh Mann. Oh Mann! Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt, einen Schuss zu verbrauchen. Na ja, gut. Komm. Auf geht's. Ich will unbedingt wissen, was hier drin ist. Na los! Okay. Oh. Fette Ausbeute, oder? Das wird in Hand. Adrenalin-Spritze, na toll. Schmerzmittel. Wasserflasche. Was haben wir hier hinten? Niemand hat da, der das braucht. Na toll. Wieder Trinklösung. Oh Mann! Und dafür habe ich eine Kugel verbraucht. Ach, Kacke. Egal. Eine Kugel habe ich ja noch im Lauf. Hier ist nichts. Okay. Boah, dieser Pisser! Elendiger. Sind da noch mehr? Okay, meine Panzerung ist schon mal völlig im Arsch. Dritter Stock. Was hat sie gesagt? Im vierten Stock, ne? Ja, im vierten Stock. Okay. Hier, vierter Stock. War ja klar, dass der andere hier alles... ...verschüttet ist, ne? Dass ich ja auch nur in den vierten Stock komme. Um die Ecke. Niemand zu sehen. Ah, drüben liegt jemand. Nichts Gutes zu bedeuten. Niemand zu sehen. Der ist erst vor kurzem verblutet. Der ist noch nicht so lange tot. Okay, in der Dusche steht niemand. Ich dachte, hier lauert jemand im Bad oder... ...vielleicht rasiert sich jemand. Oh, Mann. Der hat auch noch vor kurzem gelebt. Verdammt. Was? Oh, ja! Meine Wiederholung, die ich verloren habe, habe ich wiederbekommen. Sehr gut. Okay. Also gut. Hier war niemand. Schauen wir mal hier weiter. Weitere Blutspuren. Hier hat sich irgendjemand ausgetobt. Überall Kerzen aufgestellt. Was zur Hölle? Ich muss aufpassen. Wo? Wo? Du versuchst, zu behave? Sicher, was du sagst, lass mich einfach runter. Wo? 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 Da drüben. Wie komme ich da rüber? Scheiße. Scheiße. Ich muss mich beeilen. Mist. Nein. Ich bin zu spät. Oder auch noch nicht. Verdammt. Wie komme ich da rüber? Kann ich einfach rüberspringen? Ich muss doch irgendwie da rüberkommen. Moment mal. Wo ist er? Ist sie tot? Klar ist sie tot. Mist, Kerl. Wie hätte ich sie retten sollen? Ach, Mann. Oh, oh. Oh, oh. Hey, 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 Leute. Hey, hey. Kumpels. Was ist los? Immer locker bleiben. Oh, fuck. Wow. Wo kommst du denn her? Ach so, du hast jetzt die Tür geöffnet. Das war für die Lady. Und du runter mit den Waffen. Runter mit den Waffen. Ihr Penner. Ich hoffe für euch, dass das nicht Mace Mutter war. Halt's Maul. Zurück mit euch. Halt's Maul. Zurück. 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 Oh, okay. Er hat eine Gute. Probier's nicht. Penner. Und... Ah, scheiße. Das war die falsche Attacke. Ach. Mach's gut. Ihr Penner, Alter. Jetzt aber. Zurück mit dir. Ab in dein Loch, wo du hergekommen bist. Tschüss. Mann. Verdammt nochmal. Ich muss schauen. Ist das Mace Mutter gewesen? Ich hoffe doch nicht. Ich kam zu spät. Wo ist sie? Was war nicht hier? Ich brauche erstmal Schmerzmittel. Oh, Mann, ey. Echt? Das wird immer schwieriger. Jetzt habe ich überhaupt keinen Schuss mehr. Oh, fuck it. Wird's richtig böse schwer. Hoffentlich finde ich irgendwo eine Waffe. Ist doch nicht schlecht. Fleisch. Das sieht aus wie... Oh, mein Gott. Mir schlecht. Ich glaube, das ist Menschenfleisch. Sind das Kannibalen? Oh, Mann. Okay. Na gut, da geht's tief runter. Die haben das ganz sicher nicht überlebt. Da. Noch was. Nochmal Schmerzmittel. Hey. Hallo. Du bist frei. Du kannst dich beruhigen. Du kannst deinen Koffer nehmen. Was ist das? Ist da Geld drin? Tatsächlich. Das ist eine Tasche voller Geld. Damit kannst du in dieser Welt nichts mehr anfangen. Oh, Mann. Da. Noch mehr Schatten. Toll. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich muss aufpassen. Darüber. Vielleicht komm ich irgendwie von da ins andere Zimmer. Was haben wir hier? Obst Salat. Kacke. Ich hab nur noch meinen Bogen. Okay. Wo ist der Typ? Da ist Mays Mutter. Aber da drinnen ist bestimmt einer. Tschüss, Frankchen. Verdammt. Die kommen bestimmt raus. Der eine hat eine Knarre. Ich muss mich an ihn anschleichen. Verdammt. Nein. Scheiße. Oh, fuck. Oh, was? Ich bin wieder ganz am Anfang. Das bedeutet, ich kann mich von Anfang an wieder durchmetzeln. Das ist nicht fair. Das ist hier echt nicht fair. Verdammt nochmal. Wie soll ich das schaffen? Und die Wiederholung, die hier auf dem Tisch lag, gibt's auch nicht mehr. Na toll. Ich könnte aber das Mädchen retten. So könnte ich meine Wiederholungen wieder aufstocken. Schnell, Beeilung, bevor er sie abschlachtet. Diesmal erledige ich ihn. Okay, Kumpel. Setz dich. Gut, ich hab hier ein Pfeil für dich. Da steht dein Name drauf. Rest in Peace, Motherfucker. Oh, du hast ihn, oh Gott. Oh, jawoll. Sechs Wiederholungen. Das muss ich doch schaffen. Eine Waffe. Scheiße, sie war nicht geladen. Du Dreckschwein hat sie auch noch mit einer ungeladenen Waffe bedroht. Gib mir mal einen Pfeil. Keine Sorge, Baby, der tut dir nichts mehr. Was hatte der denn vor? Kleines Snuff-Filmchen drehen. Ververses Dreckschwein. Zum Glück ist er tot. Was ist das? Oh Mann, Gott sei Dank. Eine Kugel. Das erleichtert mir den Weg. Vielleicht. Okay. Okay, okay. Gut. Dann tappen wir erstmal in die Falle rein. Und erledigen einen nach den anderen. Okay, los geht's. Hey, Freunde. Hey, kann man bei euch irgendwie einsteigen und so? Ich will doch nur ein bisschen labern. Das ist... Oha, was ist das für einer? Oha, fuck. Oha, fuck. Okay. Hey, hier. Schönen Pfeil für dich. Zurück. Zurück. Zurück, los. Zurück, habe ich gesagt. Nein. Nein. Game over, Freunde. Zurück. Sonst lernt er mich kennen. Gib mir meinen Pfeil. Gleich nochmal. Hier. Schönen Pfeil. Ciao. Hi. Du willst dich doch nicht mit mir anlegen. Okay. Ich hab noch zwei Kugeln. Weißt du was, Kumpel? Du gewinnst einen Freiflug. Und zwar... ...runter den Fahrstuhlschacht. Komm, komm, komm. Lauf, lauf, mein Freund. Guten Flug. Bastard. Was bist du denn für einer? Von hinten anschleichen. Das war nicht fair. Okay. Das hat gut geklappt. Vielleicht schaffe ich's jetzt. Mit einer Kugel im Lauf... ...kann ich den mit der Waffe überraschen. Gut. Los geht's. Aber vielleicht finde ich hier auch noch ne Waffe. Nein. Na los. Schmerzmittel. Alles okay, Babys. Sie sind tot. Aber das Geld macht dich auch nicht glücklich. Ganz sicher nicht. Okay. So. Das war gar keine schlechte Idee. Erst mit der Waffe bedrohen und dann einen Pfeil ins Herz. Das ist super. Okay. Leise. Leise. Okay. So. Erst jetzt den mit dem Pfeil erledigen. Komm, komm, komm. Spannen. Und... Schuss! Okay. Der ist tot. Jetzt verstecken wir uns im Bad und warten, bis der hier reinkommt. Wir töten den dann von hinten. Komm schon. Komm rein. Zieh dich nicht. Komm rein. Ich weiß, dass ich jetzt... Komm schon. Wo ist der? Ich sehe einen Schatten. Er kommt. Der mit der Waffe kommt. Guck, guck. Surprise, surprise, motherfucker. Wo ist der andere? Alles klar, May? May's Mom, besser gesagt. Hey, was hast du vor? Runter mit der Waffe. Ergib dich lieber. Gute Entscheidung. Arschloch. Ja, Konservendosen. Okay. Ich hab's geschafft. Alles in Ordnung? Wie kann ich sie befreien? Da ist noch einer. Moment. Hat der eine Waffe? Ja. Vielleicht komm ich von hinten. Der Bug hat mich gerettet. Das war's. Gut. Jetzt zum May's Mom. What do you want from me? What? I don't want anything. I'm just here. Don't come any closer. Don't touch me. Don't even think about touching me. Hey, look. I'm untying you. Okay? No problem. Who are you? I'm a friend. I don't have any friends. I'm with May. May? My daughter? You've seen my daughter? Wo ist sie? Keine Angst, sie ist safe. Sie ist mit Henry. Und ich bin hier, um dich zu holen. Okay, wer du bist, lass uns gehen. Ich denke, ich weiß, wie wir uns aus hier rauskommen.